448 Schweinspoint ist ein Ortsteil der Gemeinde Marxheim im bayerischen Landkreis Donau-Ries Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben. Geografie Schweinspoint liegt an der Kreisstraße Don 25 zwischen Marxheim und Ganzheim auf den Ausläufern der Fränkischen Alb. Die Ortsmitte ist auf 448 Meter über NN. Der Ort hat seit Jahren konstant etwa 770 Einwohner. Wirtschaft. Größter Arbeitgeber der Gemeinde Marxheim ist die Stiftung Behindertenwerkseingt Johannes in Schweinspoint, die hier Einrichtungen zur Förderung, Betreuung und zur Pflege für Behinderte mit Bürger sowie das Diepolzentrum und einen Betrieb der Donau-Lech-Werkstätten unterhält. Insgesamt betreut das Behindertenwerkseingt Johannes mit den weiteren Standorten in Neuburg an der Donau, Straß, Rhein und Donau wird über 900 Menschen. Es ist damit einer der wichtigsten Dienstleister für Menschen mit Behinderungen in der Region. Der Ort Schweinspoint war bis in die 1970er Jahre landwirtschaftlich geprägt, heute bestehen nur noch wenige Vollerwerbsbetriebe. Geschichte Schweinspoint war ein Lehen der Grafen von Lexgemünd-Greisbach und erscheint urkundlich ab 1150. 1423 kam der Ort durch Kauf von den Schenken von Schweinspoint an die Reichsmarschelle von Pappenheim. 1544 ging er an Herzog Gott Heinrich von Neuburg über und war danach bis 1618 protestantisch. 1683 erwarben ihn die katholischen Freiherren von Hacke und nannten sich danach mit vollem Namen Hacke auf Schweinspoint. Sie blieben die Besitzer bis 1849. Am 1. Mai 1978 wurde das bis dahin selbstständige Schweinspoint in die Gemeinde Marksheim eingegliedert. Namenerklärung Polen im bayerischer Sprachraum bedeutet Polen, das sich aus dem althochdeutschen Begriff Biontar später beundeherleitet. Ein kleines Gütleranwesen oder eine umzäunte Flur im Besitz des Grundherren Stiftung Behindertenwerks seingt. Johannes das Schloss Schweinspoint erwarb 1860 der Orden der barmherzigen Brüder und errichtete die ursprünglich Anstalt für unheilbar kranke, benannte Einrichtung. Diese Anstalt wurde im Laufe der Jahrzehnte weiter ausgebaut. Neben den barmherzigen Brüdern arbeiteten ab 1944 auch Schwestern des Ordens Maria Stern mit. Das Jahr 1971 bedeutete eine Zäsur. Der Orden der barmherzigen Brüder gab die Stiftungsverwaltung auf. Die Sternschwestern schieden aus und der Caritasverband für die Diözese Augsburg übernahm die Einrichtung. Seither wurde das Behindertenwerk zeitgemäß ausgebaut und erweitert. Bundesweite Bekanntheit erreichte der Ort durch die Briefmarke 150 Jahre Stiftung Behindertenwerk St. Johannes in der Serie Dienst am nächsten. Die Erstausgabe durch die Deutsche Post erfolgte am 9. September 2010. Die Präsentation durch Staatsministerin Christine Hadertauer beim Festakt zum 150-jährigen Jubiläum am 17. September 2010 in Schweinspoint. Pfarrei Schweinspoint gehört zur katholischen Pfarrei Marksheim. Die Kirche St. Bartholomäus ist ein gotischer Bau aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit Veränderungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Für die Heil- und Pflegeanstalt heute Stiftung St. Johannes wurde 1909 eine eigene Kirche mit dem Patrozinium Heiligstes Herz Jesu errichtet.